Einen wundervollen, entspannten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu unserer Quantencomputer-Reihe. Jetzt geht es zum praktischen Teil, nachdem ihr quasi die wichtigsten Phänomene der Quantenwelt verstanden habt, können wir jetzt tatsächlich diese Phänomene auch in Code gießen. Und ja, jetzt ist leider das Setup nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne wünschen würde, aber es ist noch denkbar einfach, denn es geht tatsächlich deutlich komplizierter. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte unter Linux einige Installationsschwierigkeiten, weil natürlich QSharp, also die Programmiersprache für Quantencomputer, die wir hier auch verwenden werden, nicht so leicht zu installieren ist, denn die basiert auf dem .NET-Framework und das ist natürlich unter Linux nicht nativ entwickelt. Das heißt, man muss da erstmal noch schauen, dass das dann auch wirklich modern wird und ich vermute, dass es da Schwierigkeiten gab. Auf jeden Fall ist bei der Installation unter Linux was schiefgegangen. Kann gut sein, dass das bei euch mittlerweile schon anders ist. Probiert es gerne einfach aus. Das sollte theoretisch alles sowohl unter Linux, als auch unter Mac, als auch unter Windows funktionieren. Ihr müsst nur die jeweilige Software für euer System installieren. So, zunächst einmal, wir werden das QDK, das Quantum Development Kit verwenden. Das heißt, ja, im Endeffekt die Programmiersprache ist QSharp und die Treibersprache, das könnt ihr euch aussuchen, ob ihr da C Sharp verwendet oder ob ihr lieber Python verwendet. Wir werden hier in dieser Videoreihe Python verwenden, weil ich glaube, dass das sehr leicht lesbarer Code ist. Wenn ihr allerdings geübt seid in C Sharp, könnt ihr auch selbstverständlich das als Treiber-Code verwenden. Und der QSharp-Code, der ist sowieso immer derselbe. So, das heißt, wir brauchen einiges an Software. Wir müssen natürlich diese ganzen SDKs und Software-Tools und so weiter installieren. Wir fangen mit dem einfachsten an. Ich würde sagen, jeder kann mittlerweile Python installieren. Ja, da sollte es keine Schwierigkeiten geben. Falls es da Probleme gibt, da habe ich selbstverständlich auch einige Videos dazu gemacht. Da würde ich ganz gerne auf die verweisen. Denn Python ist Voraussetzung für diesen Kurs ab diesem Video jetzt hier. Beziehungsweise zumindest die absoluten Grundkenntnisse von Python. Ihr müsst keine Profis sein, dass ihr hier mitkommen könnt. Wirklich nicht. Okay, wir können hier einfach auf Downloads gehen und dann dort die Version runterladen, die euch beliebt sozusagen und dann einfach installieren. Stellt sicher, dass das Ding auch im Systempfad drin ist. Da gibt es einen kleinen Haken dafür. Absolut kein Problem. Gibt es sowohl für Windows, für Linux und für Mac und für Other, also für andere Betriebssysteme sogar auch. Selbstverständlich brauchen wir auch die Paketverwaltung von Python. Das ist PIP. PIP könnt ihr über diese Webseite hier installieren. Das heißt einfach hier getPIP ausführen. Das ist ein Python-Skript und dieses Python-Skript einfach in der Command-Line ausführen. Das sollte auch kein Problem sein und ist auch Voraussetzung für diesen Kurs. Wie gesagt, Videos zu Python habe ich mehr als genug gemacht bisher. Und ja, das ist wirklich kein Problem. Ich hier einfach Python getPIP eingeben in die Command-Line, in dem Ordner, wo dann diese Datei liegt und ihr könnt schon loslegen. Okay, ich verlinke natürlich diese beiden, beziehungsweise diese ganzen Websites hier, die wir hier brauchen. Wir werden als Entwicklungsumgebung Visual Studio Code verwenden. Visual Studio Code hat eine sehr, sehr gute Erweiterung für Q-Sharp und auch eine Erweiterung für Python und auch eine Erweiterung für C-Sharp und so weiter und so fort. Das ist absolut alles sehr, sehr gut gemacht. Gibt es auch auf jedem System. Einfach hier die passende Version für euer System herunterladen. Teilweise ist das Ding auch in den Paketquellen unter Linux. Das heißt, da kann man ganz gerne auch in die Paketquellen reingucken, aber ansonsten nicht hier einfach runterladen, beziehungsweise für Windows das Ding runterladen, für Mac runterladen. Installation setze ich voraus, dass das hier auch machbar ist. Da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Gut, als nächstes brauchen wir das .NET Core SDK. Und wir brauchen auch das Command Line SDK, damit wir auch über .NET Core wirklich neue Module installieren können. Das ist eine eigene Paketverwaltung sozusagen und hier müssen wir natürlich noch das QDK dann installieren. Das heißt, wir brauchen zunächst .NET Core. .NET Core ist ein kleines bisschen schwieriger. Es gibt theoretisch auch eine Anleitung für jedes Betriebssystem, also für Linux, für Mac und für Windows. Für Windows einfach hier dem Download folgen. Das heißt, hier den Download wählen und dann hier eben sagen, okay, wir wollen das Ding runterladen für 64 Bit. Wir wollen nicht die Binarys, wir wollen die Installer runterladen. Und unter Linux, beziehungsweise für Mac, genau derselbe Pfad im Endeffekt. Wir wollen hier den Installer runterladen. Für Linux ist stark zu empfehlen, das Ding aus den Paketquellen herunterzuladen. Dort einfach den jeweiligen Anforderungen eures Systems folgen. Also zum Beispiel unter Arch ist das Ding in Pac-Man drin, also in den offiziellen Paketquellen. Da einfach dann .NET minus SDK herunterladen. Und ja, je nachdem welches System dann auch vorhanden ist, unterscheidet sich das ein bisschen. Das heißt zum Beispiel Ubuntu hat natürlich einen anderen Paketmanager. Aber das ist auch alles vorhanden in den Paketquellen. Wie gesagt, ich empfehle hier allerdings Windows zu verwenden, weil QSharp eben, beziehungsweise das SDK oder das .NET Core SDK nativ unter Windows läuft. Und deswegen werde ich hier jetzt auch mit Windows arbeiten. Okay, und das sind dann tatsächlich alle Voraussetzungen, die wir haben. Jetzt lasst uns mal zunächst die Entwicklungsumgebung Visual Studio Code starten. Das sieht dann folgendermaßen aus und wir können jetzt hier einen Ordner öffnen. Zum Beispiel hier einfach diesen Ordner. Ich erstelle mir jetzt hier einen neuen Unterordner und nenne den mal Code. Den könnt ihr aber nennen, wie ihr wollt. Diesen Ordner wählen wir aus und öffnen ihn. So, und jetzt haben wir sozusagen eine neue Entwicklungsumgebung, beziehungsweise ein neues Alles. Und jetzt wollen wir allerdings selbstverständlich für unsere Entwicklungsumgebung noch ein bisschen was customizen, damit wir das Ding auch verwenden können. Das heißt, wir wollen zunächst einmal für Python, also quasi die Sprache, nicht installieren, sondern einfach den Treiber in Visual Studio Code. Weil Visual Studio Code ist einfach nur ein offener Editor. Da kann man alles mit programmieren. Also der ist nicht irgendwie beschränkt auf irgendwas, sondern es ist im Endeffekt nur ein Texteditor von Natur aus. Aber es gibt einen Haufen Plugins, die dann eben Sprachsupport bieten. Und hier empfehle ich ganz stark sowohl Python als auch das Microsoft Quantum Development Kit. Das heißt, wir suchen hier unter Extensions nach Python und dann finden wir hier oben Python, Linting, Debugging und so weiter und so fort, Multithreaded, Remote, IntelliSense, Jupyter Notebooks, Code Formatting und so weiter und so fort. Das einfach hier auf Install klicken und dann ist das schon hinzugefügt. Dann hat man schon direkt eine Python-Integration. Das ist wirklich eine gute Erweiterung für Visual Studio Code. Kann ich definitiv empfehlen. Das nächste, was wir brauchen, ist das Microsoft Quantum Development Kit for Visual Studio Code. Das hat einen relativ langen Namen. Kann man aber wunderbar suchen. Findet man auch sehr, sehr einfach. Auch das solltet ihr installieren, damit wir Q-Sharp vernünftig programmieren können. Und ja, dann haben wir im Endeffekt alles, was wir brauchen. Das Theme hier ist einfach nur das Standard-Theme. Ich habe das extra so gelassen, damit jeder auch nachvollziehen kann, was ich da genau tue. Wenn ich jetzt hier irgendwie ein spezielles Theme verwende, dann kann das zu Verwirrung führen. Deswegen dachte ich mir, ich lasse lieber mal das hier drin. So, und ansonsten brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Jetzt können wir hier den Marketplace wieder zumachen und können hier oben wieder auf unseren Code switchen. Wir sehen, wir haben noch keine einzige Datei. Es gibt einige Shortcuts, die wollen wir allerdings gar nicht verwenden. Wir müssen zunächst einmal noch was installieren. Und zwar haben wir immer noch nicht Q-Sharp bzw. das Q-DK installiert. Wie gesagt, wir haben bereits Python installiert. Also ich gehe davon aus, dass jeder Python bei sich installiert hat. Das können alle verifizieren mit Python-Version. Da sollte dann entweder Python 3.8 oder Python 3.7 oder irgendwas mit Python 3.0. Muss da stehen, sonst funktioniert das nicht. Zusätzlich muss jeder PIP installiert haben. Das heißt, wir verifizieren das über PIP-Version. Und dann sehen wir hier, meine Version ist PIP 20.02. Da sollte auch irgendwas in die Richtung stehen. Es muss nicht 20 sein, aber es muss auf jeden Fall eine Version von PIP vorhanden sein. Ich mache das hier mal ein bisschen größer, dann kann man das auch vielleicht ein bisschen besser lesen. So, Entschuldigung für die Leute, die gerade unter Mobil geguckt haben. Die haben das vielleicht nicht perfekt sehen können. Okay, und ja, selbstverständlich muss man hier auch PIP installiert haben. Und man muss auch in der Command-Line drauf zugreifen können. Das, was ich auch gesagt habe, war, wir müssen das .NET-Core-Framework installieren. Und CLI-Tool, also das, was ich auch schon gezeigt habe, das ist auch sehr wichtig. Und das können wir verifizieren über .NET-Version. Das heißt, sollten diese drei Bedingungen hier nicht gegeben sein. Also, wenn hier jeweils ein Fehler kommen sollte, entweder bei .NET, bei PIP oder bei Python, welche Version hier jeweils ausgegeben wird, ist eigentlich relativ egal. Es ist nur wichtig, dass eine Version ausgegeben wird. Ansonsten können wir jetzt hier nicht weitermachen. Dann gibt es irgendwelche Probleme. Dann sollte jeder hier nochmal in das Video vorher reingucken und für sich verifizieren, dass auch wirklich alle drei Sachen installiert sind. Ansonsten klappt das einfach nicht. So, wenn wirklich alles davon installiert ist, dann können wir jetzt hier weitermachen und die, oder Q-Sharp im Endeffekt installieren. Das Microsoft Quantum Development Kit. Und das können wir installieren über .NET-Tool-Install-G-Microsoft.Quantum.IQ-Sharp. Achtung, hier ist Groß- und Kleinschreibung leider ziemlich wichtig. Ansonsten funktioniert das nicht. Ist bei mir natürlich schon installiert. Ja, bei euch müsst ihr das natürlich nochmal separat installieren, also die Installation durchlaufen lassen und warten, bis sie fertig ist. Dann selbstverständlich .NET-IQ-Sharp-Install, damit das ganze Ding auch wirklich installiert wird. Und ja, das dauert ein kleines bisschen. Selbst bei mir dauert das, weil es neu installiert wird. Bei mir steht jetzt noch hier Removing Existing Kernels Back. Das wird wahrscheinlich bei euch nicht dastehen, weil ihr es noch nicht installiert habt. Aber danach sollte kommen Installed Kernels Back IQ-Sharp. Wenn es hier einen Fehler gab, das ist das, was bei mir unter Linux kam, dann ist was schiefgelaufen. Dann, wie gesagt, gerne auf Windows switchen. Achso, und wer jetzt nicht weiß, wie man diese PowerShell öffnet, einfach die Windows-Taste drücken und PowerShell eingeben. Also hier PowerShell, ups, und dann wird das Ding automatisch gestartet. So, und das Letzte, was wir noch installieren müssen, ist für Python eben Q-Sharp. Das heißt, wir machen hier pip install Q-Sharp. Und dann sehen wir, in meinem Fall war schon alles installiert, weil ich natürlich Q-Sharp schon verwendet habe. Bei euch kann es gut sein, dass einige Sachen runtergeladen werden müssen und das dementsprechend lange geht. So, und jetzt haben wir alle Voraussetzungen. Jetzt besteht ein Q-Sharp-Code immer aus zwei Dateien, nämlich einer Python-Datei und einer Q-Sharp-Datei. Und die Python-Datei ist sozusagen einfach nur der Treiber. Das heißt, die Datei, die den Quantencode ausführt. Aber der eigentliche Quantencode steht in Q-Sharp. Und der unterscheidet sich auch nicht, ob man jetzt hier mit C-Sharp programmieren möchte, also den Treiber-Code, oder ob man den mit Python schreibt. Wir werden, wie gesagt, hier den Treiber-Code in Python schreiben. Deswegen machen wir hier Rechtsklick, New File und sagen hier Runner.py. Dann sehen wir hier direkt, das wird mit einem kleinen Python-Logo markiert. Und ja, wir können hier tatsächlich noch viel, viel mehr machen. Wir können auch noch einen Linter für Python installieren. Das ist alles nicht das, was wir jetzt gerade machen wollen. Wir wollen einfach nur dieses Python-Programm oder dieses Python-Skript hier schreiben. So, was wir machen ist, wir importieren zuerst einmal Q-Sharp. Und dann müssen wir kurz warten, denn wir müssen erstmal den Quantencode schreiben, und zwar in Q-Sharp. Und das machen wir in einer neuen Datei, New File, und die nennen wir zum Beispiel HelloWorld.qsharp, da man kein Hashtag setzen sollte als Dateiendung, braucht man hier ein Q-S, also HelloWorld.qs. Und dann haben wir hier die Q-S, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Q-Sharp zu schreiben. Das Ding sieht quasi aus wie C-Sharp-Code, das heißt, wir können hier einfach mit Namespaces arbeiten. Wir sehen hier schon direkt Namespace HelloWorld und OpenMicrosoftQuantumIntrinsic, das wird automatisch für uns importiert, und OpenMicrosoftQuantumCanon wird auch für uns importiert. Und jetzt müssen wir als einziges hier noch reinschreiben, welche Operation wir eigentlich durchführen wollen. Das heißt, wir sagen hier Operation, und jetzt machen wir hier ein HelloQuantum, ups, das Q sollte groß sein, das U sollte klein sein, ist eigentlich egal, wie man das genau nennt. Die Namen sind wie immer Schall und Rauch, aber ja, wir wollen hier einen schönen Namen wählen, weil es ist immerhin unser erster Quantencode. Und dann geben wir eine Unit zurück, das ist der Rückgabetyp hier. Und dazu komme ich aber wie gesagt noch ein bisschen mehr im Detail. Und jetzt machen wir folgendes, wir geben einfach nur eine Message zurück, also eine Nachricht. Achtung, Semikolon ist hier nötig, in Python natürlich nicht, aber in Q-Sharp muss man Semikolon am Ende setzen. Das heißt Message und jetzt sagen wir hier HalloQuantenwelt. So, wunderbar. Und das ist im Endeffekt schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Runner. Und jetzt können wir aus der HelloWorld.qs, können wir das HelloWorld sozusagen importieren. Das heißt, was wir jetzt hier machen ist, from HelloWorld, HelloWorld, import. So, und jetzt gucken wir mal, ob es mir hier angezeigt wird. Leider nicht direkt. Wir wollen den Namen hier einfach haben von diesem HelloQuantum. Das heißt, wir gehen hierher und sagen, wir importieren dieses HelloQuantum. Diese Operation lässt sich komplett importieren. Das heißt, wir sagen hier einfach nur import HelloQuantum und dann sagen wir hier HelloQuantum.simulate. So, und hier brauchen wir kein Semikolon. Und nein, wir wollen es immer noch nicht. Okay, hier brauchen wir kein Semikolon. Hier können wir einfach starten. Das ist ganz normaler Python-Code. Und jetzt können wir diese Python-Datei ausführen. Diese Datei hier lässt sich nicht ausführen, zumindest nicht ohne Treiber-Code. Wir brauchen dazu eben diesen Python-Code, der uns dann das eben simuliert. Und wir können hier natürlich noch sehr, sehr viel mehr Python-Code machen, was wir auch noch in den zukünftigen Videos machen werden. Okay, wir gehen hier mal auf Go, also auf den grünen Pfeil. Und wir sehen, das wird eine Weile dauernd hier. Wir müssen nämlich erstmal hier Q-Sharp vorbereiten. Wie gesagt, das wird alles simuliert. Also hier wird quasi ein Quantenrechner auf eurem Rechner simuliert. Und wir sehen hier, hallo Quantenwelt, das ist die offizielle Ausgabe von unserem Q-Sharp-Code. Und wenn diese Ausgabe hier gekommen ist, dann hat auch alles soweit funktioniert. Das heißt, wir können fortfahren mit den cooleren Dingen, wie zum Beispiel eben Quanten allocieren, beziehungsweise auch entangeln und so weiter und so fort. Und das machen wir dann in den nächsten paar Videos. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.